nfl db nummer 1004 eine box 2021 contenders football 5 autos pro box teams sind auf der rechten seite sorry dass es so lange gedauert hat ja wollte nicht so wirklich nach aber wir haben es letztendlich geschafft eine box contenders football viel glück fünf autos mögen wir die schönsten autos bekommen hier ist der pack die glück wir starten mit tyreek hill für die chiefs season ticket hayden hurst für die falcons season ticket dann haben wir kursen baker mayfield und printing plate 101 was ein start erstmal insert geht an julio jones und die titans und eine one of one printing plate geht an viel glück ist sie mit auto oder ohne sein auto bei kein auto aber worden printing plate für daniel mooney und die bärs boom nice was ein start wundervoll printing die bärs aus dem thriller und die gehen an felix läuft darnell mooney 101 printing plate schöner start kann so weiter gehen pack nummer zwei wir starten mit jalen hertz für die eagles aaron jones packers gronkowski für die box wir haben allen robinson für die bärs stadt mal hinten und das ist earl campbell für die titans geht an die titans ist ja euer das geht aber nicht titans und schon auto oder nicht nein noch nicht wir haben kenny golladay für die giants und man den würde ich noch lieben gern bei den beiden sehen aber nein weiter geht es dj moore für die panthers und alvin kamara für die saints stadt noch mal hinten und das ist rookie of the year jamar chase für die bangles marches cincinnati bangles rookie of the year muss man kursi nummeriert ich glaube nicht nein all right kamara wir haben drew lockt russell wilson und jonathan taylor für die colts kyle murray und top dann geht es weiter mit josh allen und die bills jacobi myers und die patriots sowie er sie kill elliott und da kommt glaube ich unser erstes auto wir schaffen noch mal hinten und das ist ein george für die titans power insert ein erster autogramm geht an die kurs und das ist quitte pay quitte pay für die kurs in den appels kursen die hat ich glaube christian jawohl christian weil erster auto geht an christian und die kurs nicht das schönste auto kann ja nur besser werden oder all right juju für die steelers david johnson dafür die texans der rick henry für die titans ja cooper cup für die leiter vielleicht schon für die rams natürlich tom brady mvp insert buccaneers not numbered sam darnold für die panthers all right next pack michael thoms für die saints wir haben amari cooper für die cowboys justin herbert für die chargers und da könnt ihr wieder ein auto kommen wir schauen mal erstmals inseln das super natural trade lands rookie für die 49ers nice schönes insert trade lands und die 49ers frank super natural was jetzt gerade nicht wie selten die sind aber sie sehr cool aus trey lands schöne karte all right wir machen weiter mit nelson de galler ist jetzt ein auto nein ist gar kein auto mark andrews nix pack tag prescott für die cowboys big ben für die steelers wir haben randall copy packers und aj brown für die titans dann hinten haben wir auch das ist trey lands und zack wilson duo und das gibt ein random am ende des breaks auswitzen zwei dann kriegt jeder ein round one numbers da kriegt jeder ein auto jawohl und redemt schön redemt schön die dämpchen time zu gründen wir sind den clown all right viel glück jungs kommen was gut ist bitte drama fokus football play of contenders rookie ticket stop variation rps karte nummer 114 ist elijah moore elijah moore ich muss gerade mal überlegen das ist panthos weiß jemand auswendig ich weiß nicht ob die vorher anders waren dass ich mal schnell gucken die 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 ich 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 fühl mich... Boah, echt jetzt. Komm, ich krieg immer die Checkliste hin. Ich guck mal schnell, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Fire of Contenders. Stop Variation. Wo sind sie denn, Rookie? Rookie Tickets da. Muss ich nur mal finden, da. Rookie Variation RPS. Meine Güte, da gibt's ja verschiedene. Oh, die sind doch noch tief limitiert, Alter. Oh oh, oh oh. Die Karte Nummer 114 geht an. Die Jets. Und die ist auf 8 limitiert. Oh mein Gott. Wow, Rolf. Da hast du aber einen Schnapper gemacht mit den Jets. Wow, ich war mir nicht sicher welches Team ist, sorry. Die ist auf 8. Boom. Was ein Hit. Jets am Start. Auf 8. Boop. Sehr geil. Gut, ist natürlich nur Elijah Moore, aber ich glaub nimmt man mit, ne? Sehr geil. Glückwunsch. Alright, weiter geht's. Matthew Stafford. Jadavis White. Damien Harris. Wir haben Mike Evans. Tyrell Mathieu. Und Auto... Nein. Insert. Chain Movers. Delvin Cook für die Vikings. Delvin Cook und die Vikings. Nicht nummeriert. Schönes Insert. Minnesota Vikings. Auch Filler Spot noch am Ende hier. Alright. Schön mal gern müssen wir hier aussehen. Die Rookie Ticket RPS Stop Variation. Chris Godwin. Buccaneers. Keenan Allen. Chargers. Wir haben Corey Davis. TJ Hawkinson. Nick Bosa. Und... MVP Contenders. Step on Dicks für die Bills. Not numbered. Alright. T.Y. Hilton. Antonio Gibson. Derrick Carr. Christian McCaffrey. Da kommt ein Autogramm, glaub ich. Erstmals Insert. Das ist wieder Chain Movers. Daniel Tomlinson für die Chargers. Und ein Auto. Und zwar... Oh nein. Doch nicht. Mensch. Taysom Hill für die Saints. Ist da aus wie ein Auto von der Seite. Na gut. Jerry Judy. Broncos. DK McCalfrey. Seahawks. DJ Shark für die Jags. DeAndre Hopkins für die Cardinals. Jetzt haben wir, glaub ich, ein Autogramm. Aber... Lamar Jackson. Winning Ticket für die Ravens. Nice. Winning Ticket. Sieht selten aus. Ist es auch wahrscheinlich nicht. Für die Ravens. Trotzdem coole Karte. Alright. Schauen wir mal. Haben wir ein Auto oder nicht? Jetzt haben wir ein Auto. Und zwar Kylan Hill. Für die Packers. Rookie O. Das Auto ist aber nicht so schön. Gibt's schönere. Aber Packers. Alex. Alex. Janela. Rookie Ticket Auto. Green Bear Packers. Der nächste Pack. Der nächste Pack. Der nächste Pack. wird jetzt. Rookie Ticket Auto. Der nächste Pack. Der nächste Pack. Der nächste Pack. ist Lamar Jackson für die Ravens, Joe Mixon für die Bengals, Jameson Crowder für die Jets, Devante Adams für die Packers, wir haben Josh Jacobs für die Raiders und, oh, wenn es ein Auto ist, könnte es ein gutes sein, wenn es mit J anfängt und ein LIDA-Team ist, ein türkisches Team ist. Terrence Marshall Junior für die Panthers, Rookie of the Year Contenders und ist es, ist es, nein, es ist Jade, wie heißt er, Jade Toofeli für die Jaguars. Oh, wieso denn das Team? Also das Team war schon gut, aber der Spieler leider nicht, ne? Jax mit einem Auto. Oh, Mensch. Weiter geht's. Donald Mooney für die Bears, Saquon Bartley, Jared Goff, Jimmy Garoppolo, der Whisker Channel Junior für die Jaguars und Power Insert, Power Player Insert, Buda Baker für die Cardinals, nicht nummeriert. Matt Ryan, Mike Zicke, Tee Higgins, Marcus May, wir haben Chase Young und Duo für Elijah Moore, die Jets und Javante Williams, die Broncos. Jets und Broncos, Randy Rocks, Khalil Mack, Daniel Jones, Vaughan Miller und da kommt, glaube ich, jetzt ein Auto, aber wie wäre es erstmal mit Tom Brady? Playoff Ticket für die Bucks, nicht nummeriert, ein wenig nummeriert dabei, ne? Das ist ein bisschen schade. Tom Brady Insert und das Autogramm geht an die Titans und das ist Racy McMath. Tennessee Titans, Alex, den Titans, Rookie Ticket Auto. All right, let's pack, Jungs. Tyler Lockett, James Robinson, TJ Watt, Devontae Parker, Joe Burrow und Ryan Tannehill für die Titans, MVP Contenders, nicht nummeriert. All right, ich denke der Break war okay, Jets mit einem Mega-Hit. Kurzes Recap, Ryan Tannehill, MVP Contenders, Rookie Ticket Auto, Racy McMath für die Titans. Tom Brady, Playoff Ticket Insert, wir hatten Butter Baker, Power Players Insert, Rookie Ticket Auto, Jay Tuffeli für die Jaguars. Terrence Marshall Jr., Rookie of the Year Contenders, wir haben Chain Movers, haben wir ein paar von Lamar Jackson. Cam Chancellor für die Seahawks Gladiators Insert, dann hatten wir Lamar Jackson Winning Ticket Insert, ich weiß nicht, wie selten die sind. Stefan Diggs, MVP Contenders und nochmal Chain Movers of Delvin Cook. Dann hatten wir Supernatural Insert für Trey Lance und die 49ers, Rookie. Dann haben wir ein Auto von Kyle and Hill für die Packers, Rookie Ticket Auto, sowie Quitty Pay für die Colts Auto. One of One Printing Pay für die Chicago Bears, Darnell Mooney. Und für die Jets, Rookie Ticket Stop, Variation RPS, Elijah Moore auf 8 limitiert. Sehr geil für die Jets und Rolf, Glückwunsch. Alright, wir haben noch zwei Randoms, und zwar einmal zwischen den Jets und den Broncos, sowie einmal die 49ers und die Jets. Okay, machen wir schnell das Random, Jungs, eine Sekunde, switch mal eben den Screen, so sind wir. Alright, also erstmal die Jets und Broncos. Ähm, Duo, vielleicht ja, Snake Eyes vs. ReWorlds, hierfür beide Randoms, neunmal mischen wir durch. Eins, wer oben steht, kriegt die Karte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Geht an die Broncos, und dann hatten wir noch einmal 49ers und die Jets. Auch neunmal, Duo, zwei, here we go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Geht an die Jets. Alright, also, das war Contenders, sehr schöne Box. Danke an alle für's Hintmann. Hopps, die nächste Mal. Mach's. Tschüss.